Was für ein Wunder! Ja, was für ein Wunder! Es gibt keinen, der bestimmen kann, ob jetzt das hier relevant oder irrelevant ist. Ob das Erlebnis des Lebens bedeutungsvoll ist oder völlig unbedeutend. Gibt es leider keinen, der das wirklich bestimmen kann. Und wenn sich doch einer so wichtig nimmt und wichtig tut und zu wissen meint, was jetzt wichtig und was unwichtig ist, landet dieser Wicht früher oder später mindestens in sehr kurzer Zeit auf dem Friedhof der Irrelevanz. Ja, ja, ja. Und diese vollkommene Irrelevanz, diese vollkommene Bedeutungslosigkeit ist die Freiheit von dem, der immer nach einem Sinn sucht und der frei sein will, der in der Gegenwart sein will, der glücklich sein will. Denn wenn es da keinen gibt, der von Bedeutung weh ist, um so ein sogenanntes Ziel zu erreichen, der sollte dann glücklich werden müssen, frei werden müssen, etwas retten müssen, sich um etwas kümmern müssen oder gar lieben. Ja, so ein unbedeutendes Gequassel. Jr.